Und da ist der Gregi, G-G-G-G-G-G-G-G, wieder zu und zu Ende. So, und dann geht's weiter und dann schauen wir hier weiter. Hey, hier müssen wir dann jetzt lang. Ne, das ist doof. Hier, dann warte ich eben nochmal, dass die hier ein neues Feuer haben kann. Komm, das geht doch gleich wieder weg. Das hast du vorhin doch immer so schön verschossen. Ne, dann hält sich das halt. Finde ich auch gut. Ne, hier hab ich ja schon was aufgenommen. Hier noch irgendwas? Nein, hier ist Dead End. Na? Hier ist auch gar nichts mehr, ne? Mit den ganzen Skeletten, die so echt vor sich hin stöhnen. Boah, aber dass es hier so dunkel ist, hat schon seinen eigenen Charme. Schon anders als Dead Space. Wow. Ach, hier wären wir sowieso hingekommen, oder wie? Oder was? Oder wo? Anscheinend. Weil dann... Ach so. Gut, dann haben wir hier jetzt sogar noch ein Kristall bekommen. Ba-Bam. Unused. Was... Was macht die? Geht's dir? Halleluja, was are you doing? Komm mal wieder zurück. Blöde Tante. So, weil wir müssen hier weit dann, ne? Und ich brauch gleich deine Hilfe. So. Was hier wohl passiert? Ja, Kloppzeit! Wapp, wapp. Langsam machen wir ein bisschen viel Schaden. Aber ich mach auch viel Schaden. Ja. Dann machen wir dat mal kaputt. Dat kann ich nicht kaputt machen. Ja, mach mal. Mama kaputt. Dann mach ich dat kaputt. Muss ich bestimmt. Na? Ja, dann sollte ich hier weg. Looong! Schneller! Ja! Böser Dämon! Oh mein Gott! Run, Katis, run! Let's go! Woo! Hörg'n! Hörg'n! Hu! So, jetzt haben wir auch schon mal einen Gegner gesehen. Ah, den aus unseren bösen Träumen. Gut, dass wir den überlebt haben. Ich hätte sogar fast gedacht, dass wir das verkacken, weil, oah, die ganze Zeit, Leer Tast zu drücken ist schon etwas heftig. Ui, jetzt habe ich was weggedrückt. Öffne deine Augen, Kaddeck. Dein Traumgott hat uns fast getötet. Du schaust in die Schlussfolgerung, Frau. Es muss eine sehr einfache Erklärung sein. Außerdem, ich möchte sie wenigstens hören. Es ist nicht so, dass wir keine anderen Prozesse bezahlen müssen. Schau! Hallo, willkommen zurück! Gut gemacht, ich bin empfohlen. Sie haben sich ziemlich heurig gemacht. Wir sind nicht heros. Heros sind nicht. Sie haben die Kraft, ich versuchte dir. Hand mir die Crystals. Erstmal, Seraphim. Meine Partner hier hat eine Verwärtsung. Sie sagten uns, dass wir diese Deathstone aufnehmen können. Und wenn wir das, all hell broke loose. Das ist nicht über Verwärtsung, Warrior. Es ist über zu hören, was ich sage. Hey, ich habe gesagt, dass du die Deathstone aufnehmen können, nicht die... Wie soll ich sagen? Nicht-human. Aber die Verwärtsung ist getan und wir müssen das beste machen. Jetzt bitte, hand mir die Crystals. Ja, ja. Ah, schön. Verbesserungen. Das ist jetzt Magie. Interessant. Momentan haben wir ja nur das. Mhm. Primal Rage. The initial stage of Primal Rage. Caddox Rast grants a bonus to attack, speed and damage. Das ist schön. Was ist das denn? Wind of Rast lifts foes and slams them into the ground. Okay. Na, steht da aber nicht, was wir dafür machen müssen. Äh, ist das einfach so eine Kombo, nehme ich mal an. Ähm, Dash. Caddox charges his enemy, closing the gap quickly and dealing a stunning strike. Mhm. Damit machen wir bei der irgendetwas. Was hat die denn? Pyre Blast, Arctic Arrow und Arcane Burst. Und die hat auch die gleichen Zauber. Ja, das ist doch mal schön. Mhm. Was ist... Oh nein. Hier? Dann würde ich mal sagen, kaufen wir uns erstmal direkt das, weil mit dem kann man gut kloppen. Machen wir mehr Schaden und sind schneller beim Angriff. Das ist ganz gut. Press a direction to assign a spell. Ach so, das ist ein Zauber. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Gut, das heißt, wir können vier Zauber gleichzeitig mitnehmen. Das ist natürlich auch interessant, aber das schränkt uns dann leider etwas ein. Aber das heißt... Du musst bemerken, das ist unglaublich. Das ist der Preis, das ich wäge. Ein Wäge, dass du verlierst, Huntress. Du siehst, ich bin die Daughter des Herrn Mayor von Dyford, unter dir. Huh. All I ask is you seek out my father and speak with him. Dyford is in need of your skills, and my father will pay you well for your efforts. Das ist es? Find your father and talk to him? Ja. And the one you spoke of before, the one who tried to stop our taking the stone? He has lost you for now. And should he find you again, well, with my power, you will find yourselves better suited to stand against him. All right, we'll talk to your father then. Thank you. Though when you speak to him, I ask you, do not mention our encounter or my troubles. Why not? My poor father has enough to worry about with his town crumbling around him. As you wish, we'll not mention you. Excellent. Then I will see you both below. Ist ja schön. Ist ja reiz. You want to die fit? Fine. But mark my words. Your little dream girl is going to become a huge nightmare. Ja. Continue. Continue to the single player return. Ja, machen wir doch weiter. Was ist jetzt los? Ja. So, für den ersten Einblick ist das ja nicht schlecht. Wer der ist jetzt... Gut. Dive had never been before. It's too far out in the sticks to be worth a trip. But I've heard the Lord Mayor's a very rich man. I don't know why this Seraphim has taken an interest in us. But a well enough paying job here could set us up for life. Town of Dyford. Chapter 1. So this is the town of Dyford. Looks to have seen better days. Something's not right. There should be people out and about at this house. Perhaps they're later rising. Perhaps. Let's find the Lord Mayor. And be cautious. Ich muss gähnen. So, eins steht jetzt schon mal fest. Ähm... In 5 Minuten werde ich ungefähr diesen Part dann auch beenden. Um dann auch mal zu schauen, äh... Wie eure, wie eure, wie eure, äh... Eure Resonanz darauf ist. Ähm... Ja... Was ihr von, äh, der Idee generell haltet, dass ich hier so... Jetzt Blind-Projekte mache. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, super. Und was war das? Das würde ich auch gern wissen. Aber jetzt sterb ich dumm. Ganz in... Kann man das... Ja! Das ist schön. Was ist das denn? Das ist besser. Das ist schön. Kann man das auch zerschlagen? Dann... Ja, wunderbar. Da sind wir jetzt auch wieder gerüstet. So, ähm... Wir werden dann dumm sterben. Ganz im Gegensatz zu diesem Krieger hier. Obwohl da so ein Hau-drauf-Typ hier ist, überlegt der ja schon so... Ja, was ist die Motivation von der Person? Warum macht die das? Wofür braucht die uns? Und ja, normalerweise würde man dem Krieger ja eher sagen... Ja, haut drauf und fertig. Ja, und jetzt dürfen wir... Right. Unseren Vorteil nicht ausspielen. Das ist natürlich schade. So, noch vier Minuten. Äh, hier komme ich nicht dran vorbei. La 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 la. La 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 la. Wow! Was ist da los? Zu viel gesoffen, wa? Er kommt davon. Und ich will nicht wissen, was der für Drohungen genommen hat. Er ist hungrig. Er hat Hunger. Und sieht nicht grad sehr nett aus. Ja, aber er hat seine Mahlzeit bekommen. Das ist ziemlich aggressiv für ein Volga. Nur, dass er sicher ist, dass er nicht nach dem Herrn Mayor kommt, bevor wir machen. Nachdem. Was? Warum sind die so viele? Aua! Ey, wo sind die denn alle? Da hinten, oder was? Wollt ihr mich verarschen? So, erwischt, 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 erwischt. Weiter, weiter, weiter. Langsam tut das weh. Hör mal auf damit. Ich bin zum ersten Mal gestorben. Und es geht direkt. Au, weiter. Okay. Jetzt geht's wahrscheinlich ans Eingemachte. Boah. Scheiße, können wir schnell sterben. Das war für den anderen, das war klar. Oh, it's time to survive. Uah. Nee, ich will jetzt hier erstmal... ...was kaputt schlagen. Ich brauche Leben. Ich will nicht wieder abkacken. Scheiße. So, hier. Was ist denn hier noch feines? Was ist auch gut? Da hinten ist was Rotes. Und es bringt mir Heilung. Wunderbar. Da ist noch was zum Zerschlagen. Ja, ist doch super. Woo. So, jetzt gehen wir zurück zu Kerdok. Kerdok. Entschuldigung. Lalalalalalalalalala. Lala. So, der steht da hinten. Ist hier noch irgendwas Interessantisches? Ich glaube nicht. So, ich mach kurz eine Pause. Und dann geht's direkt weiter. Ja. Also, wir sehen uns da. Dann dbal. Vielen Dank.